In einer blauen Dose, ja. Von der aus sieht's cool aus. Das ist aber blau. Frozen Energy ist blau. Ja, mach halt Werbung. Ich hab nur Frozen Energy. Krass, guck mal, wie das Licht damit spiegelt, ne? Oh, der vom Vogel, ja. Und dass die überhaupt noch gerade laufen kann. Ach, du. Aber 5, 6 Strahlerungs am Tag sind kein Problem. In dem Alter habe ich 2 Flaschen Rotwein auf Ex getrunken. Mit meinem Ex getrunken. Was? Was? Aber die Flasche muss doch kurz und leer sein. Hey, check this out. What? Die luken doch nur noch an der leeren Flasche. Oh, guck mal. Ich verrucke. Ich werde dich schütteln. Das ist so schön. Die Flasche muss doch mal an. Ich bin so schnell an. Das ist so schön. kind of standoffish ever since we left the park what's wrong with a pärchen ich glaube auch ich würde sie zum reden bringen ja ich glaube wenn wir weiter Druck machen wird es noch mehr scheiße ich würde mal Vierhex sagen ja mach mal ja sie sagt sie versteht es everything revolves around you Chloe I didn't say it did I'm just saying I understand no you really don't okay I still have no idea what's going on with Rachel but apparently she gets smashy when she's angry I can work with that score hey check it out oh I don't always drink beer but when I do I prefer drinking it next to an old toilet wow can I see sure I asked you to leave me alone are you kidding me I know you're the school princess and all with the D.A. daddy and the perfect grades and all the perfect like little Victoria chases kissing your perfect ass but seriously fuck you great I'm leaving see you around Chloe you can't leave you can't leave watch me watch me Rachel wait don't go why not because because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life and what is this exactly oh yeah hmm a friendship huh I don't know I don't know you're actually going to make me say it you're actually going to make me say it say what I don't realize whatever's going on between us is special come on say something Chloe Zoe, ich bin sorry, ich bin wirklich, wirklich sorry, aber ich kann nicht, ich kann nicht, selbst wenn ich nicht. Warum nicht? Weil ich kann nicht. Ich weiß, dass es nicht fair ist, aber es ist wie es ist. Auf Wiedersehen, Chloe. Alter! Ich bin der Mann, das ist der Mann. Scheiße, das... ...Lazen... ...Fall... 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 ...Aber sie... ...Sie kann nicht, ob, wo sie es gegangen würde. Ja. Ich weiß grad, wie die Chloe... ...sie fühlt, ja. You know, she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know, ...who fits that description? Gah! Fuck off, Rachel! I've never understood your heart on for cameras, Max. You take a million pictures of us, ...and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. Ah! If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Fuck it! Oh shit! Ist das nicht nachher ihr, oder? Ich glaub ich auch, ja. periodically. Dad. J год. Na, ehem Mix. you tut und aus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, da ist es. Manchmal, die Leute brauchen dich. Selbst wenn sie es nicht. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alles gut. Soweit. Vorerst.